Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Werder Bremen oder HSV? Werder Bremen. Die Europameisterschaft verfolge ich zu Hause vor dem Fernsehen. Mein Lieblingsgetränk ist Red Bull. Das Schlimmste, was ich jemals getan habe, ist. Ich bin ein lieber Mensch, hab noch nie was Schlimmes gemacht. In zehn Jahren bin ich Fußballprofi. Wo? Bei meinem Heimatverein FC Basel. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vitro für nur 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mieten Sie den Vitro für nur 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mieten Sie den Vitro für nur 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.